hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mario katui nachdem wir den letzten part im love cup gemacht haben machen wir jetzt nun auch den spezial cup letzten regulären cup der neuen strecken mario katui die staubt auf eine ruine mondblickstraße bausers höchstung und regenbogenbobble war okay los geht's erst rennen die staubtrockene ruine alle anderen zweck da habe ich in iran von damals noch ich glaube ich dann alle katz für mich habe sonst habe ich glaube ich wieder auf so schnelligkeit gespielt also 150 wenn ich meistens gespielt habe dann mit welchen leuten zusammen aber aber jetzt auch mal fahren also auch ein item haben mal danke wirklich immer die ganzen alten zweck gespacklos in zwei menschen kass abkürzen können theoretisch schweiße da vorne gerade eben hier die wir noch pps bei pps ich bin ein stern ja 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 wird jetzt auch nicht für die rote dann kommt das nicht über die ruine immer so gesagt haben noch gleich in der mitte war schon aber normalerweise gut fährt dadurch ich habe bis jetzt drei items drei items ja meine küche kann die banane geflogen rupenpanzer werde ich auch gleich wahrscheinlich brauche es war so klar ich darf kein item haben anscheinend die hat ihm ist da die hat sie mich gerade der banane obwohl ich das ist betrug also leute wenn das jetzt kein betrug werden weil es aber auch nicht ich wollte von strich nach fahren wo ich ihn nur verarsche in diesem rennen unglaublich naja vielleicht schläfts ja besser auf der modenblickstraße hoffentlich Leute werdet ihr gleich überfahren nur richtig ja hier auf dieser kack streche streche genau strecke bringt mir auch ein goldpilz nicht viel okay was für ein item glück die ganzen mpcs einfach verharmt glaubt ich bin mit dem hüsten gesprungen fuck ich bin an dem item vorbei ich bin an die agitivität schön dass das ich auch mal vorher mal angekündigt hat sondern erst in letzter minisekunde ich habe schon gesehen dass er jetzt wer mit in die bomben fährt absoluter gut hier jetzt aber jetzt aber er geht durch sparschuhl leider vorbei Leute ist er reingefahren aber dankeschön für die spielwechsel oh man klar ist kein item hier behalten darf ey kann ich auch mal wieder groß werden ey meine Güte hallo dü 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 schon auf der nicht mal fuck aber ist in japan eigentlich doch ich glaube in japan ist auch nichts verkehren ne das sind fun die Dings ja die hat mich fest damit gestoppt ne Gott sei Dank war die paralysiert so so mehr oder weniger kann man auch hin darüber zu spielen hm Welch Wunder dass schon wieder ein Blitz kam ich bin mal roter oder so oder blauer ne ok die passen LKW gerammt ey oh die shit also erster zu werden das wird anstrengend ich darf ich darf jetzt nicht verlieren sonst wird das nichts mit dem gold pokal egal wir sind jetzt erstmal im dritten rennt Bowsers Festung die keine Ahnung wie viel die 50.000 die er hat dann okay naja ich hatte kurz abgebrochen weil ich dachte es war zu früh schon wieder also darf ich nicht haben mal wieder oder er zieht mit dem Raum ich habe mich zu stellen ok schön dass ich in der kappe drogen wurde und mein auto also er einfach irgendwo hingelenkt habe aber okay steht jetzt dann rechts hat ob ich nach links ich habe schon vor der regelung schritt zu sein na 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 ja nah na na alter sagen ich glaube es hackt langsam hier es kann doch nicht sein was ist auch ein betrug ich werde hier einfach der strich umfahren verarscht wenn ich nicht so ein pech oder so zu tun das aber das spiel einfach nicht dass ich gewinne jedes mal kämpft mich nach vorne um wieder hin zu feiern die dann hätten das auf einmal die exklusiv so lange absoluter beschiss schwarz aus mit dem gold pokal ich versuche mein bestes habe ich eine scheiße krieg ich habe gebremst was macht er auch gesetzes alte 1 1 es gibt mir kugel wie die mann oder so ich habe noch ein stern aber das nehme ich auch das reizt aber hier lang doch mal ey das doch du kriegst hier kein kartei oh oh what the fuck okay was zum teufel okay okay was ist der gehalter was ist der gehalter was ist der gehalter passiert ich muss mir das geld unbedingt noch mal angucken was zum teufel ist da gerade passiert die regenbogenstrecke von der b kann ich endlich was wird irgendwann kann sein dass die marke 7 auch ist als ich mag erzieben so dass dann komplett eine regenbogenkampf also wo alle nur mit nicht so abgabte da habe ich das einfach falsch im kopf ich glaube ich habe das vielleicht falsch im kopf aber panzer power blocken das ist doch alles hier schon wieder auf jeden fall ist baby daisy ausgescheidet schon mal ich habe schon mal keine punkte hoffe ich jetzt mal einfach also punkte kriegst du schon aber jetzt nicht so gut sein wird so krass nach vorne gewüstet die man auch verstehen kann ich pei ja auch gefährlich ne ich bin jetzt auch so weit vorne so roten pfanzer weg haben wir unten lang irgendwas getroffen auf jeden fall ach ich habe den kuba getroffen irgendwas wird der banane wahrscheinlich sollte ich mich gar nicht hinlegen ich hätte die pasta jetzt auf den fuß gelegt wahrscheinlich werde ich dann noch selber drauf rein drauf gefahren denn letzte runde wäre runtergefallen okay baby peachmotsch wieder schön getroffen was standen hier und da und hier das hier und da und zwar ein bisschen doof da war zu viel spiel da gubert gott schon aufgeholt baby peachmotsch wieder irgendwo fest runtergefallen erscheinen das letzte gerade ich weiß nicht wer mein anderer konkurrent war das abbremsen schön dass die bremse jetzt aber funktioniert hat und ich einfach mal eingesetzt hatte das rennen lief doch wie sauber glatt ich bin mit zwei punkte führung gegangen jawohl so muss das das gleiche betrug ein wenig wieder aus ein wenig oh man tja und damit haben wir den spezialkab rang c immer besser als e ich bin auch sehr scheiße gefahren jetzt kommen wir das mal die credits ich bedanke mich dann schon mal erstmal für dass ihr zugesehen habt oder auch nicht wie süß bei einem weiteren part merkt bis dann und tschau hey da bin ich Und jetzt ich sit down Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020